das schiff habe ich voll bekommen und hat den puzzle jetzt muss ich noch schauen ob er puzzelteilen ist der gibt kein puzzelteilen sieht so aus bei dem wird es kein puzzelteilen gehen das möchte ich ihn auch gar nicht machen weil ich mich schon diese puzzelteile haben das ist ja blöd ich bin kein puzzelteilen ich bin ich bin ich Schweinchen und Speck, 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 Ohja, erstmal Speck holen, aber verwirrt schon. Einer fehlt uns, einer fehlt uns, einer geht noch, einer geht noch an. Dankeschön, Mayusha. So. Oft Hunger, meine Güte. Füttern, füttern, füttern. So. Vielleicht den Weizen. Keine Güte, wie die hab ich denn? So, dann weiß ich schon, muss jeder das haben. So, wo haben wir nichts? Wo haben wir nichts? Wo haben wir nichts? Wo haben wir nichts? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ähm. Da ist mir irgendwie, gab keiner wo ich die gebraucht habe. Schade. Wo ist denn? Oh ja. Der ist wichtig. So. Hm. Wieder nichts. Da gibt's so viel aus und nichts. Das schläft schon, ja. Muss man nicht verstehen. Echt blöd. Einen blauen habe ich. Lass ihn mal ausprobieren. Ja, so wild. Ein wilder Fisch. Das hätte doch klappen können. Ich trappe den Hangar wohl schon. Ist ja blöd. Ich tue sowas teures mal. Und trotzdem klappt das nicht. Doch nicht. So Entchen wird gerüpft. Jetzt gehen wir mal zu dem Zug. Vielleicht finden wir da. Bei dem Buch. Unser erstes Puzzleteil. Mal schauen, was es ist. Mit Spann. Jetzt die Gäste. Ich hab hier alle schon. Zu Geier. So. Was holte ich dann doch. Ich find mal Wolle. Das könnte man nur holen. Das könnte man nur holen. Die eine guckt sich die Tiere. Das waren nicht viele, die irgendwie die Tiere sehen möchten hier. So. Das ist immer so ein Fötchen dahinter. Hm. Jo, das haben wir. Das haben wir auch. Kein Problem. Wenn er es mal machen würde. So. Blau. Erdbeeren. 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 Dann hab ich welche gepflanzt. Das muss ich auch noch holen. Der Decke hab ich leider nicht. Das hab ich leider auch nicht. So. Jetzt den Puzzleteil da hin. Der ist so ne Puzzleteil. Ach da. Ach du Scheiße. Die braucht man alle. Oh verdammt. Da ist unser erster Puzzleteil. Bei dem was? Bei den grauen Elefanten. Ach du heiliger Wimbatski. Das wird ja auch noch was. Das wird ja auch noch was. Das wird ja auch etwas weniger Puzzleteil auch machen können. Verdammt. Aber wo soll man die denn alle finden? Nicht ohne, ey. Meine Güte. Wolle brauche ich noch ein. Was sieht das? Zwei. Erdbeeren wird echt gepflanzt. So ein schlechtes Puzzleteil. So ein schlechtes Puzzleteil. So. Der Typ irgendwie ziehn mich. Hier wird es auch. Dann bringen wir das erstmal weg. Und dann schauen wir was wir pflanzen können. Oder ob jemand Hilfe braucht. Das müssen wir auch noch schauen. So. Erdbeeren. Wolle. Ja. Da. Und hier noch. Können wir ihn hier mal noch unterkriegen. Robert. Ja. Vielleicht können wir noch was machen. Oh. Das klappt. Oh. Der will auch Wolle. Boah. Auf einmal. Ich kann aber ein bisschen warten. Wolle. Wolle. Kürz. Kuppeln. Mhischen. Das ist ein bisschen. Ähh. Und das Lager. So. Wolle. Wolle. das ist ein bisschen das ist ein bisschen das das und das 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 ja gut das war's erstmal dann sagen wir mal bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen lassen leider würde mich riesig freuen wenn du noch einen schönen Abend bye bye